Trimax liegt aus Versehen, seine Einnahmen. Ein-Namen. Einnahmen. Trimax liegt auf jeden Fall, seine Einnahmen. Trimax liegt, seine Einnahmen. So ein Ding. Und Moin, paar haben bestimmt schon meinen Beitrag auf YouTube, Instagram oder Twitter gesehen. Ich habe sehr oft in den Kommentaren angelesen, dass sich einige Clips doppeln. Des Weiteren war ein Problem, dass viele Streamer und Streamerinnen extra versucht haben, in diese Videos reinzukommen. Stimmt. Es gibt so einen Rothaarigen, der das ganz gut kann. Sei es mit Aussagen, wie zum Beispiel Ich stehe auf Habtikruz. Okay, ja, das wird nie passieren, aber war nur ein Beispiel. Solche Clips werden nicht mehr in diese Videos kommen. Dazu versuche ich darauf zu achten, dass ich keine Clips mehr. Ganz verhindern kann ich es nicht. Ich hoffe auf Verständnis. Vielen Dank. Und jetzt viel Spaß. Auf gar keinen Fall Mitglied werden. Nur Abzocke, Digga. Ist kein Konzept ein Sch***? Ja. Strike seinen Kanal für die älteren Clips von dir. Stimmt, ich habe ja noch Clips. Was ein Hans. Wenigstens ist er mit seinem Namen ehrlich. Der war nicht schlecht. Es ist eher ein Lob, dass du nicht drin bist. Stimmt eigentlich. 90% der Clips sind Sprachfehler. Ja, aber das Ding ist... Das spiegelt auch das geistige Niveau der Creator wieder. Ja, aber das Ding ist... Ich bin ja drin. Ach, dann kann ich mich nur wiederholen. Das spiegelt auch das geistige Niveau der Creator wieder. Tschüssi, tschüssi, tschüssi. Willst du jetzt weinen? Digga, mit wem redet der da? Die Flasche ist verschlossen. Okay? Ich werde sie jetzt aufmachen. Das hat auf TikTok einfach vier Millionen Aufrufe. Ach, Digga! Wie macht ihr das? Was frisst der denn da einfach? Einen Haufen Scheiße, Bro. Hm, guck mal. Der gesunde Ernährungs-Boss. Fucking cringe, Bro. Ganz ehrlich, keiner ist so ein guter Hautaufnehmer wie ich. Was ist denn da passiert? Das sah krass aus, oder? Einer fehlt. Kein Witz. Kann ich das zeigen? Ah, nee, das ist meine Einnahme. Eine Million 899.999 Abos. Und voll. Äh, 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 ohohohohoho. Nee, hehehe. Ja. Es ist extrem wenig für die Aufrufe. Leak, leak, leak. Motz, alles geleakt. Elf Tage ist so lang. Elf Tage sind mehr als zwei Wochen, Digga. Das ist Junge. So dumm kann wirklich keiner sein. So dumm kann wirklich nur Danny sein, Bro. Niemand würde was so Dummes sagen. Das muss Danny gewesen sein. Tage ist so lang. Elf Tage sind mehr als zwei Wochen, Digga. Das ist Junge. Okay, so dumm kann wirklich niemand sein. Oh, Junge, ich rede wie so ein dummer Bastard, Alter. Wenn ich so mache, auf Fullscreen, irgendwie bangen meine Monitoranzeigen, dann habe ich auf dem dritten Monitor, habe ich dann noch so einen Schwanz, schwarzen Rand. Carsten bekommt aus dem Nichts einen Lachflash. Dankeschön, kuss, 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 kuss. Dann haben wir unten noch Boxen und hier haben wir noch ein weiteres Körbchen von Hades. Hades ist sein Vater. Hades ist ein Schmuck. Ach, Hades ist sein Sohn. Ah, okay. To real? Ihr labert scheiße. Ich weiß, ob ihr dann... Ihr labert scheiße. Doch, wirklich jetzt, ehrlich. Das ist ein Hund, ihr Vollid... Oh my God, shut the fuck up, was ist es jetzt? Sein Sohn, man, ihr labert doch scheiße. Als ob ihr so zwei so Hunde körbst, ihr dann für seinen Sohn. Bro, for real, das sind so spezielle Kisten für Kleinkinder, sowas gibt. Digga. Bro. So dumm kann man doch nicht sein, Kevin, no joke. Mann, ich weiß immer noch nicht, ist es sein Hund oder sein Kind, Digga. Ist sein Sohn, okay. Digga, no joke. Superbrot, kuss, 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 kuss. Dankeschön. Ah, Sohn seiner Freundin anscheinend. So. Also. Juro ist das Durchschnittsalter des deutschen Nationalkaders. Man muss da auch sagen, das sind wieder die 27 Spieler. Und da sind Leute dabei wie Thomas Müller. Da sind aber Leute dabei wie Sané, Schweinsteiger. Digga, ich habe immer bei Leroy Sané, denke ich immer an... Ich weiß nicht, warum Sachertorte, weil die aus Sahne besteht. Das ist kein Witz. Wenn ich das höre, denke ich an ein Stück Sachertorte, was ich esse. Ich weiß nicht, wieso. Die Klose, Ballack, Lahm. Äh, was? Ich glaube, ich werde hier demnächst aus der Wohnung auch rausgespissen. Zurecht. Bro, ich habe so eine richtig lange E-Mail bekommen von meinem Vermieter. Verschiedene Sachen, für die nicht fit gehen. Also erstmal war ich irgendwie um drei nachts zu laut. Dann auch sehr, sehr geil. Ich kann jetzt halt nicht mehr mit offenem Fenster streamen im Grunde, weil ich anscheinend zu laut bin und die Nachbarn anscheinend ein paar merkwürdige Schreie tagsüber gehört haben. Und bei Kevin ist da gerade was vorgefallen. Und da hat der Post von Kermitza bekommen. Lexbox, 420, 10, danke für den Sub, Bro. Ich muss mich vorstellen, ich habe eine Absage von der Wohnung bekommen mit der Begründung, schlechte Erfahrungen mit Leuten aus ihrer Branche. Das muss man sich vorstellen, das muss man sich einfach vorstellen. Sascha hat die Wohnung nicht bekommen, weil Kevin zu laut ist. Blackbox, danke für den Sub, Bro. Kuss, danke schön. Wohnung nicht bekommen wegen Kevin, Dicker. Einfach nicht bekommen. Und ich drücke zu doll auf und damit habe ich auch so leicht eine Verletzung am Arsch. Blackbox, 24, 10, danke schön für den dritten Prime-Bree-Sub, Kuss, Kuss. Ich habe teilweise ein bisschen Blut am Tor ab hier. Nicht so, muss ich mir vorstellen, Rambo 3, wo Rambo angeschossen wurde, sondern ganz leichte Wunde. Das ist aber normal. Honig hat nachweislich eine antibiotische Wirkung. Digga, nein, 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 nein. Aber das hilft auch nichts, wenn du dir diesen Arsch, der jedes Mal wund wischst. So, deshalb habe ich das Experiment aufgehört. Ich habe mir eine Zeit lang Honig auf meinen Arschloch geschmiert. Bro, wenn man Honig auf seinen Arschloch schmiert, dann fliegen doch Bienen da rein oder sowas, Bro, oder? Blackbox, 24, 10, danke für den dritten Reset mit Prime. Kuss, 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 seit drei Monaten schon dein Geld verschwenden. Ehren, Bruder. Guten Abend. War wirklich, das habe ich gar nicht. Oder so ein Braunbär kommt und eatet einfach deinen Ass, Digga. Du bist so im Wald und es kommt einfach so ein Braunbär und leckt dein Arschloch, Alter. Oh, chillig, Digga. Ich habe nicht immer erzählt, wenn ich denn ins Bett gegangen bin. Und Arschbacken kleben zusammen. True, aber deine Scheiße schmeckt noch ein bisschen süßer. Blackbox, 24, 10, danke schön für den dritten Reset. Kuss. Das Honig klebt, ne? Hatte ihr aber Honig an der Hand gehabt? Das klebt die Scheiße und ihr geht so in euer Arsch und immer bam, 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 bam. Geht immer auseinander, so. So bin ich schlafen gegangen. Ja, ist ein Bärenhonig, Digga. What the fuck? Oh, nee, Digga. Digga, ich hoffe so sehr, dass Nordmazedonien die EM gewinnt. No Joke. Blackbox, 24, 10, danke schön, Bro. Kuss, 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 dankeschön für den Sub. Vielen, vielen Dank. Vielen, vielen Dank.